Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sieht aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Kannst du uns ein Schiff besorgen? Ja, ich kenne einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Ich habe da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. Hey, drei! Zerquetsch ihm nicht das Gesicht. Wer sind diese Typen? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Er kommt sie! Ich gebe dir mal ein Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann durst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Volle Energie! Nicht so gut! Das ist doch ein Zerbester, Jo! Zui! Solo ein Star Wars Story.